Moin zusammen, am Titel habt ihr schon gesehen. Es geht heute um Aussagen, die immer wieder getroffen werden und da möchte ich heute für ein wenig Klarheit sorgen. Die lassen sich eigentlich ganz gut zusammenfassen. Zum einen wird gesagt, was wir hier machen, das ist nicht wirtschaftlich, also hat gar nichts mit dem zu tun, was man eigentlich so heutzutage in der Tischlerei macht. Damit kann man kein Geld verdienen. Und die andere Aussage ist dann, die auch immer wieder getroffen wird. Ich möchte auch so gerne, wie ihr das macht oder Heiko Rech oder Jonas Winkler oder irgendwelche Maker in Amerika, den ganzen Tag lang schöne Sachen aus Holz bauen und damit mein Geld verdienen. Und darum werde ich jetzt meine Lehre zum Schreiner antreten. Zu der ersten Aussage, dass wir hier nicht wirtschaftlich arbeiten, kann ich voller Stolz sagen, stimmt. Was wir hier machen, hat aber auch nichts mit dem Gewerbe zu tun, sondern wir machen hier natürlich Videos für den Hobbybereich. Bedeutet also, ich glaube nicht, dass in irgendeiner Tischlerei Kameras stehen und dann auch die ganze Zeit jeder Arbeitsschritt erklärt wird und dass vorher noch eine Einleitung kommt. Ja, das allein ist ja schon die Aussage. Natürlich brauchen deswegen auch die Projekte schon etwas länger. Und weil ich mir natürlich auch immer Projekte raussuche oder Aufgabengebiete, um euch gewisse Fallbeispiele nochmal zu erklären, zu zeigen und vielleicht auch zu inspirieren. Sowieso, das ist ja eigentlich das hauptsächliche Motto hier zu inspirieren. Ihr müsst nicht exakt das nachmachen, was ich hier baue, aber einfach vielleicht hier und da mal so einen neuen Denkanstoß zu geben. Natürlich ist es überhaupt nicht wirtschaftlich, so eine Verbindung wie die hier kürzlich hergestellte zu fertigen. Denn im besten Falle nimmt man einfach ein längeres Stück Holz. Ist natürlich ganz nett anzusehen, aber die Funktion ist natürlich jetzt auch nicht so herausragend, dass man das machen muss. Und natürlich ist dann die Aussage korrekt, damit kann man kein Geld verdienen. Das stimmt natürlich, aber das muss ich auch nicht, weil ich das ja alles als Hobby mache. Und das gilt genauso für sämtliche Hobbys. Ich denke mal, dass der letzte Anspruch, den wir da haben, ist, damit Geld zu verdienen. Das heißt, für alle, die gerne Fußball spielen, die haben auch nicht die Ambition, dass sie damit mal irgendwann in der Bundesliga landen. Und für alle, die gerne Mountainbike fahren, auch die wollen nicht irgendwie an den Weltmeisterschaften teilnehmen. Also, ja, da ist natürlich dann immer so ein bisschen schwierig für manche einfach zu differenzieren. Das hat überhaupt nicht den Anspruch, wirklich hier irgendwann mal mit einem Plus rauszugehen, sondern wir wollen ja einfach nur Spaß damit haben. Und wenn man sich ansieht, was natürlich auch teilweise hier Werkzeuge kosten, dann hat sich das mit dem Gewinnmachen ganz schnell erledigt. Also, ganz wichtiger Punkt, wir wollen hier einfach nur Spaß haben. Wir wollen überhaupt kein Geld damit verdienen. Und darum ist es auch gar nicht so schlimm, wenn manche Sachen dann auch bei euch zu Hause mal etwas länger dauern. Oder wir halt eben kompliziertere Verbindungen machen. Ein Schubkasten, wie wir hier vorne jetzt mal an einer Ecke gezeigt haben, mit so einer halbverdeckten Verbindung, lässt sich natürlich viel einfacher herstellen. Also, wenn wir in Massivfolgs arbeiten, dann kann man natürlich einfach Domino oder Dübel da reinklatschen oder macht da irgendwie eine kleine Nutfederverbindung. Man kann auch einfach stumpf von vorne schrauben, Kleckschen Leim dran, dann vorne nochmal aufdoppeln. Und dann sieht auch keiner mehr was von den Schrauben. Also, all das sind natürlich Möglichkeiten, die wir haben. Und natürlich muss man da auch im gewerblichen Bereich nochmal ganz anders denken als hier. Aber hier ist der Anspruch, irgendwann mal einen fertigen Schubkasten zu haben. Und der steht dann in einem Schrank, den wir vielleicht auch selber gebaut haben. Und wir hoffen eigentlich nur darauf, dass die Verwandtschaft beim nächsten Mal dann, um da irgendwie die Säckglädchen rauszuholen, ja, diesen Schubkasten aufmacht, damit man sagen kann, guck mal bitte an der Seite, hab ich gemacht. Ja, also darum geht es bei dieser ganzen Sache, sich selber so ein bisschen auszuleben, abzuschalten. Und ja, während die einen joggen gehen, ist der andere dann dabei, hier so Zinken auszuarbeiten. Gut. Bearbeitung mit Handwerkszeugen, da ist, glaube ich, sowieso klar, also in welcher Tischlerei nimmt man einen Hobel in die Hand, um da eine Fläche zu putzen. Das macht überhaupt keinen Sinn, das ist viel zu aufwendig. Dafür gibt es Schleifgeräte, ja, dafür gibt es Breitbandschleifer. Und ja, damit hat sich die Sache dann erledigt. Da muss man natürlich auch noch mal ein bisschen in die Richtung denken, was sind denn so Sachen, über die man sich eigentlich im gewerblichen Bereich kaum Gedanken macht. Und das sind zum Beispiel hier verschiedene Leime, mit denen wir unser Holz dann verbinden können. Ja, also wenn ich jetzt hier zum Beispiel auch mal, was wir in diesem Test mit drin hatten, Tidebond. Und hier vorne haben wir auch noch Mann-Alles-Kleber mit reingenommen. Wir stellen uns natürlich hier auch Fragen, die man sich im gewerblichen Bereich überhaupt nicht stellt. Und das ist ja auch vollkommen nachvollziehbar. Ich habe mir auch noch nie die Frage gestellt, ob jetzt ein Ponal besser als ein Uhu ist. Ja, wir hatten einfach große Gebinde und das wird genommen und die Möbel haben immer gehalten. Und dann ist gut. Und weil es diesen Tidebond, also gibt es auch in etwas größeren Gebinden, aber jetzt nicht in der Größe, wie wir das auf jeden Fall immer hatten bei dem Weißleim. Und wäre dann sowieso unbezahlbar gewesen für eigentlich keinen Mehrwert. Was ich damit jetzt aber nur sagen will, ist jetzt hier nicht Tidebond runter zu machen oder den Weißleim hier irgendwie zu bewerben oder auch hier den gelben Alleskleber, sondern uns hier auch einfach hier und da mit so ein paar Sachen zu beschäftigen, ja, die man im Gewerblichen einfach niemals machen würde. So, und natürlich ist jetzt auch hier, was rausgekommen ist, im Prinzip halten hier die meisten Kleber eigentlich ganz gut. Ja, alles in Ordnung. Aber es sind natürlich einfach so Fragen, die wir uns hier stellen, die mir auch gestellt werden. Und ich mache das jetzt hier seit zwei Jahren und da sind auch viele Fragen bei, ja, wo ich erstmal denke, wie kommt man denn auf so eine Frage? Aber irgendwie, ja, habe ich mir noch nie gestellt die Frage, muss ich jetzt selber erstmal ausprobieren, muss ich selber erstmal recherchieren, ob da sich jemand schon mal Gedanken drüber gemacht hat. Und dann, ja, kann man auch das Thema hier behandeln. Und ich denke, das ist eine ganz spannende Sache, die ich hier auf diesem Kanal auch gerne verfolge, ist einfach hier und da auch mal so ein paar Sachen in Frage zu stellen, die so im Lehrbuch stehen oder die man einfach so auf der Baustelle oder im Betrieb mitbekommen hat. Und vieles bestätigt sich. Also, was so die letzten 100, 150 Jahre funktioniert hat oder auch die Jahrzehnte, das zeigt sich auch meistens hier im Test, funktioniert dann auch hervorragend, ja. Auch hier, ne, Thema Öle, verschiedene, haben wir uns ja auch schon mal angesehen. Wie härten die aus? Das sind alles so Sachen, das interessiert mich doch im Gewerbe überhaupt nicht. Die Oberfläche ist gut und damit ist in Ordnung und viel mehr wird dann auch gar nicht gefragt, ja. Ja, also auch da bitte ganz wichtig, ich will das jetzt überhaupt nicht runterziehen, aber im Gewerbe liegt der Fokus halt eben auf anderen Sachen als im Hobbybereich. Und im gewerblichen Bereich wird natürlich auch viel mehr Platte verarbeitet als im Hobbybereich, im privaten Bereich. Ist ja auch klar. So schön das Massivholz auch sein mag, aber ich glaube, wenn wir ganz ehrlich zu uns sind, dann ist in den meisten Haushalten Spanplattenmöbel angesagt, ja. Oder grundsätzlich erstmal beschichtete Oberflächen. Küchenarbeitsplatte, Hisopalbeschichtung, HPL-Drober, ist wesentlich widerstandsfähiger, wesentlich wartungsärmer als eine Massivholzplatte aus Buchenholz oder Eiche, was man sonst gerne in seiner Küche hat. Man muss aufpassen, dass man da nicht zu lange die Wassergläser drauf stehen lässt, sonst hat man da Ränder, egal wie das mit der Oberfläche behandelt wurde, ja. Holz ist immer ein bisschen anfälliger. Holz arbeitet im Gegensatz zu so einer beschichteten Spanplatte. Ja, und da muss man einfach auch sagen, heutzutage haben wir ganz andere Anforderungen an unser Material, an unsere Oberflächen, an unsere Möbel. Da soll alles wirklich im wahrsten Sinne des Wortes wie auf Schienen laufen. Wenn wir nur alte Möbel bauen, dann gab es eine streichende Kippleiste, Laufleiste, auch mal einen Kulissenauszug. Aber das kommt alles nicht an automatische Vollauszüge mit Tipp-on und gedämpften Einzug dran. Das eine hat Charme. Und das findet ihr auch ganz toll, wenn ihr alle drei Wochen vielleicht mal irgendwie was aus eurem Spielschrank rausholen müsst, um da mit dem Mensch ärgerlich rauszukramen. Aber es ist was anderes, wenn man jeden Tag Schublade auf, Schublade zu, Schublade auf, Schublade zu, wenn die dann irgendwann durchhängt, wenn sie anfängt zu quietschen, wenn da auch die schweren Gefäße drin sind, die kriegt man dann nicht so richtig raus. Da ist unsere Toleranz durch so viele Produkte in unserem Alltag einfach so gering geworden, dass wir einfach einen Anspruch haben, dem das Material Massivholz meines Erachtens überhaupt nicht mehr gerecht werden kann. Manche können sich davon lösen, aber viele kennen halt eben perfekte Spaltmaße. Schaut euch eure Autos an. Auch wenn da nur organische Flächen eigentlich vorhanden sind, trotzdem die Spaltmaße stimmen da durchgehend. Wenn ich mir auch hier ansehe, dieses Telefon, was ich in der Hand habe, also ein Smartphone, auch das ist natürlich perfekt gearbeitet. Wenn hier nur der kleinste Kratzer drauf wäre, dann ist das für viele schon direkt ein Grund zur Beanstandung. Und ja, stellt euch vor, wie schnell aber was mit den Möbelstücken passieren kann. Und habt das ja auch oft genug bei den Auslieferungen erlebt. Wenn da an dem Massivholz irgendwie so ein kleiner Kratzer mit drin war und man hat dann den Trick gemacht, noch mal ein bisschen Wasser drüber, dass es aufquillt, dann sieht man da trotzdem diese feine Linie. Ist eigentlich egal, weil spätestens zwei Wochen, wenn der Estich da in Benutzung ist, dann sieht der natürlich auch schon nach wesentlich mehr Gebrauchsspuren aus. Aber das ist halt eben der Anspruch. Wir wollen, dass alles perfekt ist. Oder so gut es geht, perfekt ist. Das heißt, da sind beschichtete Oberflächen wesentlich besser für geeignet. Und dann kommt natürlich noch dazu, wir wollen auch gleichzeitig neben der Tatsache, dass es perfekt ist, dass es auch noch sehr, sehr günstig ist. Ich weiß, wir sind hier auf unserem Holzwerkerkanal in so einer kleinen Blase, weil wir der Meinung sind, gutes Werkzeug, ich kaufe mir Werkzeug nur einmal, dann soll das halten. Und vielleicht gibt es auch viele von euch, die das bei anderen, ja, also beispielsweise beim Auto oder bei Küchengeräten oder bei ihrer Hi-Fi-Anlage oder auch bei den Möbeln, dann tatsächlich so durchziehen und auch bei ihrer Kleidung. Aber ich würde jetzt einfach mal sagen, dass, ja, spätestens mit der Generation, also mit meiner oder die danach kommt, dass wir eher in so einer Wegwerfgesellschaft leben. Und das heißt, wir sind dann auch irgendwie mehr gewohnt, ständig unsere Möbel auszutauschen. Ja, IKEA macht es möglich oder andere günstige Möbelhäuser und, ja, Kleidung sowieso, ist eigentlich auch eher ein Wegwerfartikel als ein Reparaturartikel geworden. Bedeutet, um da jetzt ein bisschen die Kurve zu kriegen, ganz einfach, wir wollen wenig dafür bezahlen und gleichzeitig einen hohen Anspruch an die Qualität. Und da, ja, bleibt eigentlich nur noch die Industrie übrig, die diese Forderung erfüllen kann. Das kann ein Handwerk nicht gewährleisten. Denn Handwerk ist teuer, also die Ressource oder vielmehr Kostenfaktor Mensch ist in den meisten Betrieben einfach der größte Faktor. Dazu kommt aber, so teuer der Mensch auch sein mag, er hat trotzdem mehr Fehler als eine Maschine. Das heißt, wenn ich jetzt hier Möbel in einer Tischlerei fertige, dann muss auch ich sagen, dass mir natürlich auch immer wieder mal Fehler bei Möbelstücken passiert sind. Die hat man dann kaschiert. Im besten Fall hat man auch nichts mehr davon gesehen. Und hier und da hat man vielleicht auch mal was davon gesehen und hat sich dann aber auch gedacht, na ja gut, okay, dann ist das Spaltmaß jetzt hier halt eben ein bisschen größer als auf der anderen Seite. Kann man mit dem Kunden drüber reden. Passt dann schon irgendwie. Ja, aber ganz oft passt es halt eben nicht. Und das ist halt eben so ein bisschen das Problem, gerade wenn ich mir auch alte Massivholzmöbel angucke, die von hervorragenden Tischlern gefertigt wurden, dann finden sich da trotzdem Fehler. Und das ist, ja, für viele dann einfach charmant, dass es früher diese Fehler gab. Aber für die meisten ist es eben nicht mehr charmant, sondern das ist ein Reklamationsgrund. Gut, ich glaube, dass es so ein bisschen klar geworden ist. Also der Kanal ist für den Hobbybereich gedacht und damit sollte auch klar sein. Das ist dann so der nächste Punkt. Das, was wir hier zeigen, hat wirklich, ich möchte es nochmal wiederholen, eigentlich nichts mehr mit dem gewerblichen Tischlern oder Schreinern zu tun. Ja, das ist, glaube ich, das beste Beispiel, was ich euch geben kann oder meine persönliche Erfahrung. Ich bin auch, habe mich auch als Tischler gemeldet, gab damals eine ganz liebe Stellenanzeige. Da hatte mein späterer Meister dann reingeschrieben, Hobelbank, sucht Tischler-Azubi. Und ich war eigentlich in einer anderen Stelle meines Lebens und dachte mir irgendwie, nee, du wolltest eigentlich immer Tischler werden. Let's go, die Anzeige. Da gehst du hin. Und dann war ich im Betrieb, wir hatten keine CNC, also alles voller grüner Maschinen und noch so ein bisschen ältere Schule. Aber natürlich wurde auch da mit modernen Werkstoffen gearbeitet, ganz klar. Ja, und dann ging da so ein Bild oben rechts in der Ecke. Ich glaube, das gibt es auch auf dem Festool-Kalender. Blenden wir hier mal ein. Was hat er da hängen? Und dann dachte ich, naja, cool, genau so geht es hier ab. Und dann waren die wahren Worte meines späteren, zukünftigen Chefes dann, ja, wir sind hier nicht bei Meister Edo und sein Pumuckl. Ja, also hier wird nicht irgendwie die ganze Nacht mit dem Handhobel gearbeitet und solche Verbindungen macht der Schreiner natürlich auch nicht, sondern wir stellen halt eben größtenteils aus Platte her und dann nach Schema F die Beschläge. Also in den meisten Fällen zumindest gibt es natürlich auch da Ausnahmen. Und so wird halt eben gearbeitet. Oh, der kleine Dominik, Mitte 20, dachte sich dann auch, oh, okay, ja, ja, klar, ist ja Logo, klar. Ich habe ja nichts anderes gedacht. Aber innerlich hat es natürlich ein bisschen geschmerzt. So, genug von meiner Lebensgeschichte. Was ich damit sagen möchte, ist, es wird wahrscheinlich keiner, ihr könnt mir gerne auch in den Kommentaren das Gegenteil beweisen, keiner die Tischlerei betreten und sagen, bitte baut mir nur mit Handwerkszeugen vollkommen frei nach eurer Vorstellung Möbelstücke. Und ich bezahle, egal was das kostet. Und das gibt es leider nicht. Ihr seid als Handwerker, ob ihr jetzt Tischler oder Schreinerin in Süddeutschland seid, ein ausführendes Organ. Ihr kriegt die Pläne von dem kreativen Architekten oder von eurem Meister oder Chef vorgelegt. Aber in der Regel kriegt auch der die von den Architekten. Und dann wird es halt eben abgearbeitet. Dann ist da euer Handlungsspielraum relativ begrenzt, weil die Pläne sind vorgegeben. Ihr könnt vielleicht nochmal sagen, da ist ein kleiner Fehler. Oder lass uns doch vielleicht mal anderes Öl oder einen anderen Klarlack ausprobieren. Aber da ist der Gestaltungsfreiraum wirklich sehr begrenzt. Es sei denn, wie gesagt, ihr habt eine gewisse Position erreicht. Aber dann muss man auch sagen, seid ihr eher in der Planung zuständig, als dann wirklich in der Fertigung. Also beides habt ihr in der Regel eher selten. Bedeutet also, wenn ihr jetzt hier auf diesem Kanal oder wie gesagt auf anderen Kanälen euch anseht und denkt, dass das hier wirklich das Tischlerhandwerk beschreibt, dann muss ich euch sagen, meines Erachtens nicht. Also in 99 Prozent der Fälle hat das nichts mit irgendwie was gewerblichem zu tun. Man lernt in der Ausbildung noch so ein bisschen alte Schule, also so ein paar Verbindungen werden gemacht. eine Gratung, Schlitz und Zapfen, ja. Und dann war es das eigentlich. Der Rest ist Maschinenarbeit. Das ist jetzt aber auch wieder so ein Punkt, wo ich dann ganz oft in den Kommentaren lese, dass das Wissen verloren geht und ist so schade drum. Und heutzutage, das hat ja gar nichts mehr mit dem Tischlerhandwerk zu tun. Das ist auch wieder so ein Kommentar, wo ich mir ganz doll auf die Zähne beißen muss, weil ich bin mir sicher, dass es genauso ein anspruchsvoller Beruf ist wie auch damals, wenn nicht sogar noch anspruchsvoller, denn ja, natürlich gibt es immer mehr Materialien, die man verarbeitet. Man muss auch mittlerweile ein großes Wissen um Kunststoff haben. Jetzt mal vollkommen davon ab, ob man persönlich das jetzt toll findet oder nicht. Kunststoffverarbeitung, ja oder nein. Aber es ist halt eben einfach ein Fakt. Das Handwerk hat sich weiter entwickelt. Ihr wisst selber, dass man in einem Land, Industrieland wie Deutschland oder Umliegenden auch mit Handarbeit kein Geld mehr verdienen kann. Es muss automatisiert, modernisiert werden und ja, da ist es klar, dass immer mehr mit Maschinen gearbeitet wird und darum ist, glaube ich, auch nachvollziehbar. Wie gesagt, nochmal der Punkt, was wir hier machen, ist nichts, um irgendwie Geld zu verdienen. Das ist allein fürs Hobby. Es gibt ein paar Ausnahmen. Ja, natürlich gibt es ein paar Betriebe, die mit Massivholz arbeiten. Ob da wirklich dann auch mit dem Stecheisen noch großartig Verbindungen ausgearbeitet werden, mag ich zu bezweifeln. Es gibt ja auch da noch so ein Zwischending, Frässchablonen zum Beispiel, können wir uns auch gerne nochmal ansehen. Aber ja, eigentlich muss man sagen, der Beruf ist nicht einfacher geworden. Der Beruf hat sich weiterentwickelt, so wie sich alles weiterentwickelt hat und wir können sich darüber ärgern und uns gleichzeitig aber freuen, dass wir Autos fahren und kein Kutschen mehr. Ja, also seht das einfach als fortlaufende Entwicklung, die da stattfindet. Jetzt sorgen natürlich die Fragen von euch, wie lange braucht das Öl, um auszuhärten, wie tief dringt das ein und welches ist jetzt besser, das gekochte, das normale oder das Leinöl oder das Walnussöl für Fragen, die ich nicht immer beantworten kann. Und das sorgt natürlich auch für eine gesteigerte Kreativität bei mir, weil sich dadurch auch erst hier diese Lösung ergeben hat. Ich hatte bislang keine Probleme mit Gradnoten. Viele von euch haben aber gesagt, naja, das ist nicht immer ganz so einfach, ich kriege das nicht so hin. Geht das nicht einfacher und habe euch auch mal eine Lösung gezeigt, wie wir das einfach nur schrauben können. Oder auch hier die geteilte Gradnot, wo wir es dann ganz einfach haben, für eine feste Verbindung zu sorgen. Wird natürlich in der Mitte nochmal verleimt. Ja, und das sind natürlich alles so Punkte, wo ich ganz froh bin, um eure, das ist ja keine Kritik, sondern um eure Fragen, wo ich dann natürlich auch manchmal erst mal davor sitze und denke, naja, was ist das für eine blöde Frage, das macht man so, es gibt keine andere Möglichkeit, eine Gradnot zu machen. Ja, und dann sollte aber bei mir noch viel öfter einsetzen, ah, okay, aber vielleicht sollte es eine einfache Möglichkeit geben. Und darum bin ich dann ganz froh, dass ich hier drauf gekommen bin. Hab übrigens dann auch später mal, recherchiere eigentlich immer, bevor ich so tue, als würde ich hier was Neues rausbringen, ob das wirklich neu ist, ob ich das rausgefunden habe oder ob es nicht schon jemanden gab. Und ich habe tatsächlich erst danach festgestellt, durch Zufall, obwohl ich es vorher recherchiert habe, dass das schon mal jemand gemacht hat. Ja, bin also doch nicht so schlau, wie ich gedacht habe. Gut, das nur nebenbei bemerkt. Geht natürlich auch für Werkzeugvergleiche. Fragt sich wahrscheinlich auch keiner in Tischlerei, wenn er jetzt eine Kappsäge bekommen hat. Also ich hatte damals eine Elu oder Dewalt, die wurden ja danach auch übernommen. Ja, da wusste ich auch nicht, dass eine Festool jetzt irgendwie toll ist und ich wusste auch nicht, wie eine Bosch sich verhält oder sonst was. Die hatten wir halt eben, das wurde dann abgearbeitet. Und ich habe auch noch nie in Frage gestellt, ob die große Altendorf, die wir hatten, jetzt vielleicht doch ein bisschen schlechter ist als eine Panhans oder eine Martin oder vielleicht doch die beste. Ja, so Sachen hat man da halt eben einfach nicht hinterfragt. Und ich bin dann am Anfang, habe ich mein Köfferchen bekommen und war voll ausgerüstet mit einem Akkuschrauber von Makita zum Beispiel. Ja, und dann, ja, habe ich auch nicht hinterfragt, okay, der kann bohren, okay, der kann schrauben, okay, der funktioniert, okay, der Akku hält den ganzen Tag. Ja, da würde ich dann niemals auf die Idee kommen und sagen, Chef, können wir bitte mal alle Akkuschrauber, die es gibt, bestellen und die dann durchtesten. Gut, ist jetzt hier bei Maschinenheim mal ja auch nicht so ganz unser Ding. Aber da gibt es ja zum Beispiel das Bauforum für, wo sich vielleicht auch viele denken im gewerblichen Bereich, interessiert mich jetzt, ob ich dann jetzt 1001 oder 1003 Schrauben da reinbohren kann. Aber zumindest gibt es ja so Kanäle, das ist ja das Schöne auch an YouTube, dass sowas dann einfach mal hinterfragt wird. Ja, ob man das am Ende jetzt für sich verwenden kann oder nicht, ist dann noch mal eine andere Sache. Ob man das jetzt hier bei dem Leimtest oder bei den Ölvergleichen, die ich gemacht habe oder wie gesagt, andere Werkzeugvergleiche, die wir machen oder gemacht haben, ob das dann für den Einzelnen interessant ist, sei dahingestellt. Ob es in der Praxis so relevant ist, sei dahingestellt. Aber zumindestens hat man sich mit dem Thema mal auseinandergesetzt. Ja, also vielleicht gibt es dann doch hier und da auch ein paar Zuschauer, Zuschauerinnen aus dem gewerblichen Bereich, die hier sagen, ah, okay, das ist vielleicht auch ein ganz cooler Trick, kann ich auch noch nicht. Wenn ich mal in so eine spezielle Situation komme, dann kann ich das ja vielleicht auch nochmal anwenden. Wer weiß, ich würde es mir natürlich wünschen, dass es so ist. Ist doch vielleicht auch eine ganz interessante Idee, ist mir jetzt hier auch bei dem Dreh gerade erst gekommen, dass wir das vielleicht auch mal in so einer kleinen Serie machen oder vielleicht in ein, zwei Videos so ein bisschen dem Nachwuchs zu zeigen oder vielleicht auch als Zuschauer. Was erwartet mich denn in einer richtigen Tischlerei? Vielleicht gibt es da im Raum Göttingen oder im Raum Berlin jemanden, vielleicht auch ein Chef, der sagt, naja, kommt doch mal vorbei, guckt doch mal rein, gerne auch mit Kamera. Wir nehmen euch so ein bisschen mit. Würde ich mich sehr darüber freuen. Ja, gar nicht so großartig Tischerei dann vorstellen, sondern wirklich, wie wird da gearbeitet? Was sind da für Maschinen? Vielleicht auch mal so ein paar Interviews von jüngeren oder erfahrenen Mitarbeitern. Nur wieder einfach so der Gedanke vielleicht auch zu YouTube-Kanälen ist, was man sich von YouTube-Kanälen mitgenommen hat oder ob das grundsätzlich alles ein bisschen Quatsch ist oder so die Meinungen auseinander gehen. Wäre doch vielleicht mal eine ganz spannende Sache, oder? Aber vielleicht lebe ich auch gerade wieder in meiner Blase. Wer weiß es, wir sehen uns in den Kommentaren. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Dann wird auch wieder gearbeitet. Also, du bist ja so wirtschaftlich oder unwirtschaftlich, wie wir halt eben arbeiten. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.